Freunde, heute werden wir ein obliches WD40 anzünden. Wir haben übrigens schon die Marke weggebrennt, damit uns WD40 nicht anzeigen kann. So, wir werden jetzt den Bunsenbringer einschalten und noch das WD40 machen. Schaut Leute, es raucht schon ein wenig. Schaut Freunde, es verfärbt sich schon. Es wird grün. Hoffentlich wird es nicht explodieren. Wir müssen ein wenig zurückgehen, aber ich kann ja zoomen. So Freunde, wir werden die WD40 Flasche jetzt einmal umdrehen, damit es auf der anderen Seite auch gut brennen kann. Schaut, hier brennt es gleich. Wir werden jetzt in das vorgebohrte Loch mit dem Bunsenbrenner reinmachen. So, seht ihr schon? Der Rauch ist schwarz. Freunde, ich habe es gesagt, die Flasche wird einfach verbrennen. Ich glaube nicht mehr, dass die Flasche explodieren wird. Aber seht ihr, die Farbe ist schon überall herunter. Außer ganz unten. Hier. So, jetzt ist das gesamte Feuer wieder raus. Ich glaube, es wird heute nichts mehr explodieren. So, wir werden die WD40 Flasche jetzt schnell vom Tisch schmeißen. Seht ihr, es hat sehr geraucht und es stinkt auch sehr. Jetzt ist es vorbei. So Freunde, abonniert den Kanal und tut die Glocke, damit ihr keine Video mehr verpasst. Und liken. Auf Wiedersehen.